Untertitelung des ZDF, 2020 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 ...und was am besten und es sei den Recherchen. ... ... ... Es ist wichtig, dass viele Menschen wissen, wie wichtig ist und wie wichtig ist die technologie und wie wichtig ist die technologie und wie wichtig ist. Ich denke, dass die EU-Mussetzungen aus der ganzen Menschen die Gesundheit von beinwachsenen, bemühen und beobachtigen. Ich glaube, dass die EU-Mussetzungen in Europa wirklich auf die Möglichkeit kommt, dass sie die Menschen in Europa auf die Außenstehung und abwechieren. und fühlen sich ein Teil davon ab. Wir müssen fortsetzen, um die Grenzen für Wissenschaft und Technologien zu breiten. Wir müssen nicht immer denken, ob es unmittelbarer Vorteil ist, aber um die Grenzen zu breiten. Ich habe die Aussage von ESA-Dirigenten, dass wir, außerhalb der wir proaktiv zu entwickeln, über die Spasierkontrolle, auch über die Spasierkontrolle, über die Lüge, die März und noch weiter. Meine Hoffnung ist, dass Menschen selbst werden die Menschen zu wissen, und die Menschen zu wissen, dass sie Menschen zu wissen, dass sie die Menschen zu wissen, die Menschen zu wissen, dass sie die Welt zu wissen. Mein Hoffnung ist, dass wir von dieser Debatte ein sehr konkrete Hinz, entweder, was wir machen, oder, was wir machen. Und dass ich diese Antworten für die Diskussionen mit den Mitgliedstaaten von ESA-Dirigenten um wirklich zu entwickeln, für die Zukunft die Spasierkontrolle, aber auch für ESA-Dirigenten als Organisation. Das war ein großartiger Tag. Ich fühle mich glücklich, weil alle diese Menschen die Spasierkontrolle zu arbeiten, um es zu helfen, um es zu helfen, um es zu helfen, um es zu helfen. und es zu helfen, um es zu helfen, auch zu helfen. Das ist wirklich ein Traum, das jetzt kommt. Und das ist wirklich ein Traum, der es zu helfen. Und das ist wirklich ein Traum. Und das ist wirklich ein Traum. Und das ist ein Traum. Untertitelung des ZDF, 2020